Herzlich Willkommen zu Let's Play Resident, ups, ähm, Batman Ark muss sein. Ich glaube, können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal. Äh, wieso hat das gestoppt? Naja, egal. Ähm, sorry, irgendwie, äh, hat sich Batman aufgehangen. Äh, so, ähm, ein bisschen verwirrt gewesen gerade. Aber wohin, wohin, wohin? Ähm, so. Ach, lol. Lunatik, ey. So, wo müssen wir jetzt hin? So, wir müssen jetzt in die Villa rein, da sind wir doch richtig. Weil ich war eben verwirrt, weil, äh, ich werde auch eben noch in der Kanal dieser Z... Ja, egal. Ähm, so, auf jeden Fall. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Nein, verlauert doch nicht. Tja, und jetzt ist schon mal der erste K.O. Wow. Au. Na ja, wenigstens, können wir nicht verpfühlt werden. Du schlägst wie ein alter Mann. Deine Mutter schlägt wie ein alter Mann. Ah, Gott. Was ist bloß los heute mit mir? Hä? Zur Hölle, was ist denn? Ja, wenigstens haben wir jetzt die Homos hier beseitigt. Was ist mit dir hier oben? Ach, der, der... Tut so, als wäre nix. Eben hat er noch auf uns geschossen und jetzt... Ach, das ist alles okay. Idioten. Oh, Mann. So, was war das Rätsel? Mal sehen, ob du siehst, was ich sehe. Leider nicht. Hm. Wo sollen wir jetzt nochmal rein? Ach, nicht da. Da hin, okay. Nein. Und da müssen wir... Ja, klar, wo die Zähne sind, ne? Batman. Nene, 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 nene. Nene, nene. Wer ist hier? Ich schlägt ihn aus. Ah, das Miese ist dabei eben dieses Kontersystem. Ah, nicht das Kontersystem, sondern das Speichersystem. Ähm. Das Winnie ist einfach dabei. Das Spiel speichert von alleine. Das heißt, ich weiß nicht, ob da irgendwas verloren gegangen ist oder nicht. Oder doch. Ja, super Tipp. Ey, ich hab doch... So, geht doch. Bäm, Junge. So, geht doch. Ein feiner Konto war das doch. Gibt's hier irgendwas? Nö. Die Riesen... Überwoffnet. Oh, ja. Ja, wett ich auch. Komm schon. Das ist echt so ein bisschen Splinter Cell Style. Also, müsst ihr zugeben. Ich mag normalerweise gar nicht Splinter Cell, aber irgendwie finde ich das hier schön. Dann, Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkham wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Nein, jetzt hat's gegangen, definitiv. Hoch mit dir, Batman. Schnell doch den Homo hier fertig. Okay, da ist auch einer. Der guckt auch nicht hier rüber. Hm. So, ähm... Wir sind ganz nah. Wir müssen nur noch die anderen Trottel aufschalten. Toll. Eija. Okay, da siehst du uns eh nicht. Das sind zu blöd zum Kacken, sind die alle eigentlich. Die zwei da hinten werden sie erst recht nicht sehen. Weil die noch blöder sind. Alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder. Pff, Verstümmelte. Die Storien sind der Alpenfeller bemitten. Behalte euch gefällig, die Idioten, bevor ich euch selbst dann die Fledermaus verfütte. Nicht schon wieder hängen. Oh, das war aber ein dicker Hänger. Das war aber echt hier ein dicker Hänger. Oh Mann. Und Joker hält auch nicht die Klappe, ey. Das wird ja hier von Tag zu Tag immer runter. Nee, das will ich ja gar nicht. Äh, ich will einen anvisieren. Jo, in diesen... Oh Gott, ey. Hält der Joker eigentlich niemals seine Klappe? So. Jetzt haben wir hier unseren... Grappling-Hook oder was auch immer das ist. Es geht weiter. Jetzt sind wir fast drin. Oh Gott, halt die Klappe, Joker. Ohne Scheiß. Also manche Dinge sind lustig, aber irgendwann ist es auch genug. Der Durchsagen. Ja, ja, danke. Du bist so blöd zum Kacken. Die Fresse. Paff. Schön, dass sie sich wenigstens geschminkt haben. Damit man merkt, dass sie zu Joker... Damit man merkt, dass sie zu Joker gehören. Okay, da können wir eh nichts machen. War hier ein Rätsel? Hm. Hä? Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung in diesem Raum geäußert wurde. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt... Egal, ich weiß nicht, in welchem Raum das ist, aber... Wir fahren vor Ort. Äh, sorry, falls mal irgendwo der Ton oder so nachhängt. Äh, wie gesagt, ähm... Leider kann ich im Moment nichts dran ändern. Deswegen werde ich auch den Ton... Äh, leise stellen, damit der es euch nicht so auf... Sehr auffällt, ja, aber... Falls doch, wie gesagt, es tut mir wirklich leid und... Shit happens. Hihi. Ach nee. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verpassen. Die... Hier ist Joker, wir haben keinen kleinen Abdeck für euch. Oh. Zuerst gute Nachricht. Wir haben noch viel Jagen. Die schlechte ist, sie redet nicht. Sie hat den Mut, der wir ein Dokument versteckt. Pff, zieh. Ach, der Raum ist das. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, ist sehr klar, ne? Der letzte Preis, den er verteilte, kostete meinen Kumpel seine Beine. Joker hat sich stundenlang totgelacht. Hört nicht auf, such weiter! Joker will es, wir finden es. Es gibt keine Entschuldigung. Okay, von hier aus kann ich den Grippling-Hong anscheinend nicht benutzen. Wir suchen schon so lange, hier ist nichts. Er ist hier! Er ist gehangen. Ich mach dich fertig! Halt die Fresse. So, äh. Müssen wir jetzt demnächst hin. Egal, wir verpugeln erstmal die Wichser. Verliert mich doch! Ach, ihr Wichser! Scheiß drauf, ey. Bäm! Junge! Boah, gut gekontert! Ah, der Womo! Ich will so mal fünf Leute auskontert und scheiße, ey! Schıs Ach, gott, ey, ich hasste das. Äh, das ist schon ein krasser Spiel. Wegens haben wir die Rüstung geupdatet. Ihr merkt schon, dass es ist echt essentiell bei so einem Scheiß Ein bisschen viele Wichser So, wir müssen mal direkt ausschalten Und Boah, der letzte Ihr merkt, das waren fünf Leute Äh, was, zehn Leute Zehn Leute, gerade fertig gemacht Alleine Ohne Hilfe von jemand anderem Ja, da staunt ihr So, was war hier nochmal das Rätsel, genau Der wichtigste Mann im Raum oder sowas, ne? Aha, oder so, die Hauptperson Der Hauptteil Also man denkt immer, das ist die Statue, weil Wie kann man die übersehen? Aber das ist es leider nicht Leertaste Action Was ist denn da toten Oh Gott Ich weiß eh nicht den Architekt von dem Kack hier Auf jeden Fall, wir müssen jetzt wahrscheinlich zur Bibliothek Nehme ich mal an Ich würde da irgendwo noch einen Zahn klappen Aha Ah, diese Leertaste Ich habe mir überlegt, wenn es irgendwie wieder nicht klappt mit dem zu viel Gehänge und sowas Dann Keine Ahnung, dann spiele ich irgendwie irgendwas als so Nostalgie-Scheiß Irgendwie so Batman aus dem Jahre 19, irgendwas Wisst ihr, was ich meine? Nein, keine Ahnung Vielleicht ziehe ich mir dann irgendwie Spider-Man für die PS1 rein oder sowas Patientengespräch Nummer 1 Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murray an mich überwiesen Er hat anscheinend eine Zusammenbruch Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern allein geführt Bisher ist der Patient unfällig zu sprechen Verobachtung ist ein geringer mentaler Aktivität Es ist, als ob der Schock über das Geschenk in seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte Ich glaube, das könnte sein Ich habe ihn gefunden, brech die Tür aus Nutzen es an mich selbst Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen vorzusetzen Gehen Sie von Dr. Combs weg Sofort, runter auf den Boden Wir haben sie gefunden Jemand muss einen Arzt holen Und ganz, was hat er ihm angetan? Hä? Sie brachten das Tier zu mir Schamlos und bellend wie ein Irrerhund Ich erfrug seiner Angeberei in eine gefühlte Ewigkeit Nein, nicht schon wieder Ach sorry, er hat schon wieder ein bisschen hart gehangen, sag ich mal Gucken wir mal, was für schöne Updates wir uns holen können Zwei Battle Ranks, die brauchen wir nicht wirklich Gehen wir mal zurück zu diesen Hau-Drauf-Dingern Die werden wir jetzt upgraden Ach, ist nur einer Hat der eine Maske an? Mein Gott, der hat so eine Bane-Maske an, oder? Och ne, der ist schwarz Ups Sorry Keine Ahnung Wieso nicht? Das ist die Selbstmord-Manschette, aber es klingt merkwürdig Selbstmord-Manschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los Und das Rettungsteam stürzt rein Meine Crew könnte das auch erledigen Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben Und ihnen sagen, dass du kommst Oh Ah ja Okay, dann sage ich schon mal, bis dann, Schmausen Tschüss